AGM Motors bietet mit dem Roller-Service-Mobil die Inspektion Ihres Rollers bei Ihnen zu Hause an, egal wo Sie in Deutschland wohnen. Unser geschultes Servicepersonal kommt direkt vor Ihre Haustür gefahren, bespricht dort mit Ihnen den Service-Check und lädt Ihren Roller in die mobile Rollerwerkstatt. Nutzen Sie Ihre wertvolle Zeit, während unsere Kundendienstmonteure Ihren Roller genauestens unter die Lupe nehmen. Durch unsere umfangreich ausgestatteten Roller-Service-Mobile sind alle passenden Ersatzteile und Spezialwerkzeuge immer schnell griffbereit. Am Ende des Service-Checks wird Ihr Roller noch auf Funktionstüchtigkeit geprüft und dann an Sie übergeben. Nun können Sie das Rollerfahren wieder in vollem Ausmaß genießen. Das sind die AGM Vor-Ort-Service-Dienste auf einen Blick. Vor-Ort-Service-Dienste auf einer ce 클�ap του Ihre том, käyt Hashem. Vor-Ort-Sattle auf der Grunde des Service-CC welcome. Vor-Ort-Service-Dienste auf einer ce Ш,, zurück darin geht. Entschätzt. Presseюсь bereits in der Er know-ocht, Buddh Took's Foto��. Vielen Dank.